hallo und herzlich willkommen zu einem neuen decktag auf dem nogeist kanal heute gucken wir uns eine grunliste an die ich aktuell im ranked verwende also im besser free ranked die deckliste findet ihr wie immer in der video beschreibung zusätzlich findet ihr dort auch den link zum neuen discord server wo ich mich über rege beteiligung und aktive mitglieder freuen würde wenn ihr regelfragen habt leute zum spielen sucht würde ich mich freuen wenn ihr mal rein guckt der server befindet sich gerade im aufbau und wir sind über jeden besucher froh aber kommen wir direkt zur liste wir zocken grull aggro also grün rot unser ziel ist es den gegner möglichst schnell zu erschlagen mit einem besonderen fokus auf kreaturen mit eile und dem funkenspalter wir fangen wir vorne in der liste an unser wichtigster one drop im deck ist der pelz sammler eine 1 mana 1 1 die jedes mal wenn eine größere kreatur ins spiel kommt oder stirbt eine plus 1 plus 1 marke erhält und bei drei plus 1 plus 1 marken trampel schaden hat also eine kreatur die im early game den gegner pressured und im late game als großer threat auf dem board liegt um den 1 mana slot etwas aufzufüllen spielen wir dreimal in brunsträger champion 1 mana 1 1 erst schlag eile wenn er angreift erhält ein anderer ritter deiner wahl plus 1 plus 0 das ist hier nicht wirklich relevant weil der einzige andere ritter er selber ist in diesem deck also wenn man zwei davon hat ganz interessant aber ansonsten ist er hier einfach eine erst schlag eile kreatur die uns hilft unsere curve etwas aufzufüllen um zum funken spalter zu kommen im 2 mana slot spielen wir den zur tar goblin eine 2 mana 2 2 mit aufruhr hat also entweder eile oder kommt als 3 3 ins spiel triggert unseren pelz sammler sorgt hier für aggro und kann gerade gegen kontroll decks mit eile sehr gut zuschlagen galia eine der neuen karten aus feros 2 2 eile andere satyren die du kontrollierst erhalten plus 1 plus 1 und haben eile damit haben wir leichte synergien in dem deck und immer wenn du mit drei oder mehr kreaturen angreifst kannst du eine per zufall bestimmte karte abwerfen falls du dies tust ziehe zwei karten erfüllt hier also die rolle einer 2 2 mit eile mit einigen zusatzeffekten wobei der untere effekt als card advantage in unserem deck vor allem bei flooding hilft schöne karte paradies druiden ist eine 2 mana 2 1 die flug sicherheit hat solange sie umgetappt ist und mana einer beliebigen farbe erzeugt sie erlaubt es uns bereits in turn 3 das questen tier oder den unberechenbaren ceratops zu legen und damit ein spiel fast fast zu gewinnen im drei mana slot spielen wir growl zauberbrecherin eine drei mana 3 3 mit aufruhr und trampel schaden die flug sicherheit hat solange es unser zug ist ist ganz schön gerade mit eile kann man sie damit vor gegnerischen removal schützen so dass sie mindestens die drei schadens punkte rein bringt ist hier einfach als bieter da ist gegen mono rot ganz schön als einfach als 4 4 weil da mono rot nicht so gut dran vorbeikommt ist halt ein bieter trampel schaden ist relevant gegen schamp blocks vor allem mit der katze da geht der schaden eben einfach durch dann spielen wir eine weitere karte aus feros phoenix aus der asche oder phoenix aus asche eine 2 2 für drei mana mit fliegen und eile aktuell gibt es nicht viele decks die fliegende kreaturen oder kreaturen mit reach spielen simic ist ganz klar ein deck gegen den gegen das phoenix aus asche nicht so gut vorbeikommt die haben mehrere blocker mit reach beziehungsweise hydroid crazes aber ansonsten kommt er fast immer ungeblockt durch man hat die möglichkeit im late game noch mana in ihn rein zu pumpen um restlichen schaden durchzudrücken und ganz wichtig er hilft uns im late game in dem er einfach zusätzlicher card advantage aus dem friedhof ist denn für vier mana und drei andere karten ins exil schicken können wir ihn als drei drei fliegend eile ins spiel bringen dann eine ganz wichtige karte im neuen deck anax der schmiede gestählte eine drei mana mindestens 23 deren stärke gleich deiner hingabe zu rot ist und wann immer er oder eine andere nicht spielstein kreatur von uns stirbt erhalten wir ein 1 1 roten satyr der nicht blocken kann falls die kreatur stärke vier oder mehr hatte kriegen wir sogar zwei satyre das ist eine ganz coole kombo mit galia schützt uns aber vor allem auch vor mass removal vor allem gegen die mono gegen die uv control decks oder die espy hero decks diese satyre können ganz schnell mal den letzten schaden durchdrücken und wenn der gegner sich sagen wir turn 4 aus tappt um das board zu wipen und man dann mit drei satyren da steht eine galia von der hand castet ist das spiel so gut wie vorbei knochenmalmeriese ist einfach ein solider two for one die abenteuer seite removet eine gegnerische kreatur fügt zwei schadenspunkte zu und sonst ist er für drei mana eine 4 3 die dem gegner noch schadet wenn sie removed wird vor allem wenn der gegner hier mörderische reiterin verwendet tut ihm das so richtig schön weh weil er dann die zwei von mörderische reiterin und die zwei durch knochenmalmeriesen verliert in der regel triggert der auch ohne probleme nochmal unseren pelz sammler und macht den einfach nochmal deutlich größer hat einfach eine gute karte im vier mana slot spielen wir dreimal das questentier wie ich finde einer der großen vorteile von den grull listen im vergleich zu den mono roten listen die ja auch anax und funken spalter spielen gibt nicht viel dazu zu sagen es ist immer noch die firma einer 4 4 die schlecht geblockt werden kann wachsamkeit hat todes berührung hat eile hat und gut gegen gegnerische planeswalker ist trägt einen funken spalter besonders gut ist eine krass gute karte und deswegen spielen wir sie als one of habe ich hier gerade einen unberechenbaren ceratops drin weil ich viel gegen esbar oder blau weiß kontrolle im rank spiele und da hilft der mainboard auf jeden fall man könnte überlegen ihn auch häufiger ins mainboard zu tun kann nicht neutralisiert werden hat schutz vor blau kann eile kriegen kann trampelschaden kriegen gegen katzendecks hat halt einfach viele gute möglichkeiten auch gegen simic ist der nicht schlecht schutz vor blau macht schon eine ganze menge hat mir tatsächlich auch mit funken spalter schon einige spiele gewonnen weil simic den einfach nicht vernünftig blocken konnte beziehungsweise nicht gut genug weil simic hat dann nur diese null dreier die den wirklich blocken können er kann nicht von agent des verrates geklaut werden wegen der schutz vor blau klausel ja also auch in diesem matchup brilliert er ist eine sehr gute karte im aktuellen meter das kann sich natürlich immer ändern dreimal funken spalter eine wichtige karte in dem deck gewinnt euch viele spiele ich denke auch diese karte ist inzwischen bekannt ein 6 mana artefakt eine ausrüstung die für jede angreifende kreatur ein weniger kostet plus 1 plus 1 und plus 1 plus 1 doppelschlag und trampelschaden gibt und außerdem automatisch beim ersten ins spiel kommen ausgerüstet wird danach werden die ausrüstungskosten drei aber das bezahlt man dann gerne die mana base ist unspektakulär wir spielen zwei quasi tap lands und ansonsten viermal stampf gelände neun wälder neun gebirge nichts besonders an der stelle ich persönlich bin ja kein fan von den scry lands weil man am besten runter curven möchte auch schon die durchgänge stören mich etwas aber die einfach um die mana base etwas stabiler zu halten sind die drin paradies druiden hilft auch ein bisschen beim fixen der mana base weil es ist echt bitter wenn man entweder nicht doppel grün hat um questentier zu casten oder doppel rot für anachs das ist schon schade beziehungsweise funken spalter deswegen hier mein kompromiss mit zweimal durchgang weil er eben nicht immer ungetappt kommt aber die tempel würde ich hier nicht spielen würde zumindest nicht empfehlen im sideboard spielen wir gegen mono rot einmal blutkappen keilerei viermal schock dummries hinterhalt gegen midrange decks im mirror oder gegen simic glühende ranken vor allem gegen uv-kontrolle weil die viel enchantment removal spells spielen und halt auch einfach viel schaden durch die glühenden ranken nehmen also in turn zwei glühende ranken kann dem gegner ganz schön schaden zufügen und wenn der gegner dann eine deiner kreaturen removed kann man ihm nochmal zwei schadenspunkte zufügen und mit der kreatur dann eben doch wieder angreifen wo ist das halt wohin zweimal unberechner ceratops gegen simic und gegen kontrolle gut und dreimal verliebtes beast in der theorie gut gegen mono rot habe ich bisher selten gebordet das würde ich bisher so als flex bot einschätzen auch gegen midrange schon reingebordet gerade midrange mit wenig removal allerdings kommt diese karte aktuell sehr selten bei mir rein wer also noch vorschläge für sideboard hat gerne in die kommentare ja das war unsere grull aggro liste quasi mit dem update von feros ich wünsche euch ganz viel spaß beim selber spielen und wenn euch das gefallen hat oder ihr mehr decklisten haben möchtet abonniert doch einfach den kanal lasst ein like damit ich weiß dass es euch gefallen hat und dass ihr solchen content sehen wollt viel spaß beim selber spielen